Freddy Müller, zweifach Adorschütze heute. Deine Meinung zum Spiel? Ja, meine Meinung zum Spiel. Die Freude ist natürlich groß. Jetzt haben wir wieder einen Dreier. Wir wollten unbedingt einen leidenschaftlichen Fußball zeigen. Kommt vor den letzten Partien. Da war der Dreier, ist er ganz wichtig, sag ich einmal. Und wir haben das heute den Fans bewiesen, dass wir da kicken können. Das hat jeder Herz genommen. Der Trainer hat gesagt, okay, Burschen, gehen wir Gas. Wir haben das Bestmögliche umsetzen probiert. Wir sind, Gott sei Dank, heute mit einer guten Leistung, mit drei Punkten belohnt worden. Ja, Freddy, die anderen Spiele sind alle eigentlich für uns gelaufen. Wir sind wieder Dritte in der Tabellen. Was heißt das für die Zukunft? Na ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wollten im Vordertritt mit dabei sein. Jetzt haben wir uns ein bisschen Druck wegnommen. Das passt. Wir können mit Freude Fußball spielen. Wir können die jungen Spieler besser einführen in den ganzen Kader. Also vom Kader aus in die Mannschaft hinein. Aktiv im Match. Ich muss sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und den Stulz auf die Mannschaft hat heute jeder das Beste gegeben. Ja, Freddy, ich gratuliere nochmal. Zweifache Torschütze. Ich hab ihn auch nicht so oft. Werden wir heute noch ordentlich feiern, gell? Schauen wir mal, wird schon passen, ja.